Seid mir grüßt Pokéfreunde, hier ist wieder mal der Tywald. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Heute öffnen wir diesen wundervollen Blister aus dem neuen Set Clash der Rebellen. Allerdings machen wir das Ganze nicht in einem Battle gegen einen Poké-Tuber, sondern insgesamt sind wir elf Poké-Tuber, die sich heute battlen. Alles weitere seht ihr in dem folgenden Einspieler. Die Poké-Metropole. Das große Blister-Battle. Zwei Teams. Ein Ziel. Der Sieg. Team Rebell. Collect and Trade. Miki zum Drachenhort. Pokémon Bit. Pokémon Epikats. Boximoron. Gegen. Team Clash. Blue Aris. Einfach Fanta. Greenplayland. Lupro. TNDS. Und Mighty-Type-Wald. Welches Team wird siegen? Ja, wie ihr gesehen habt, wir sind elf Poké-Tuber und haben zwei Teams und ich versuche natürlich meinem Team, dem Team Clash, möglichst viele Punkte mit diesem Blister beizusteuern. Ich bin der Letzte an der Reihe. Ich bin jetzt gerade bei euch. Ihr seht es wahrscheinlich in der Premiere im Chat aktiv und sehr wahrscheinlich auch auf der Poké-Metropole, dem Discord-Server, wo wir das Ganze organisiert haben, bin ich auch im Voice wahrscheinlich anzutreffen, wo ihr mit uns quasi quatschen könnt. Sehr cool. Die Aktion machen wir so quasi alle drei Monate. Zu jedem neuen Set machen wir so ein Blister-Battle auf jeden Fall. Immer sehr cool auf jeden Fall. Diesmal haben wir hier diesen wunderschönen Rayquaza-Blister. Welchen Blister wir hier nehmen, habe ich auch auf dem Discord abstimmen lassen. Ich habe nämlich noch zwei andere hier liegen gehabt. Und ja, mal gucken, ob die Community die Punkte für uns an Land holt. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Wochenende, während ich den Blister versuche zu öffnen. Blister öffnen ist echt das Schlimmste. Von allen Produkten, die ich zu öffnen geöffnet habe, sind Blister immer, ich weiß nicht, der größte Schwierigkeitsfaktor. Alle anderen Kollegen haben sie schon gebettelt, also haben sie schon ihre Punkte beigesteuert. Ich bin der Letzte, der Abschluss des Battles. Unterm Video sind alle verlinkt, wenn noch nicht alle gesehen haben. Natürlich gerne noch bei den Jungs und Mädels auch abchecken, was sie so gezogen haben, damit ihr hier das volle Ergebnis sehen könnt. Ich hoffe natürlich, dass sie unabhängig vom Team gute Pulse hatten, weil das wollen wir ja eigentlich alle. Das ist das größte Ziel, gute Karten zu ziehen. Unabhängig davon, ob wir jetzt das andere Team vernichten oder nicht. Und natürlich Spaß haben es auch immer das Wichtigste. Spaß haben beim Sammeln und Betteln, so muss das sein. So, ich würde sagen, wir haben hier einmal das Rai Quasa. Das gucken wir uns auf jeden Fall mal an die Promokarte. Mit Fazzle, Blitz und Powerschuss. Während des nächsten Zuges seines Gegners kann sich das verteidigen. Ein Pokémolisch zurückziehen, okay, Fazzle ist nicht schlecht. Powerschuss, lege Energie von diesem Pokémon auf den Ablagestapel. 120 Schaden, ist okay. Das Artwork ist richtig cool, finde ich. Sehr schön. Den Boost habe ich zweimal, deswegen gebe ich euch den Code einmal raus, dass ihr diese Karte im Online-TCG haben könnt. Viel Spaß damit. Gönnt euch auf jeden Fall. So, ich lasse ich mal hier liegen. Wobei, ihr könnt das Video stoppen. Im Stream, dass ich die mal liegen. Weil im Stream kann man nicht direkt stoppen. Obwohl man kann stoppen, aber dann kriegt man nicht, weil ich sage. Da haben wir eine Münze drin, die sieht auch ziemlich cool aus. Das ist Demetrius, glaube ich. Wenn ich was Falsches sage, entschuldige ich das. Ich kenne mich mit diesem Pokémon nicht so aus. Mit Pokémon generell. Nein. War beiseite. Aber die Münze ist cool, habe ich so noch nicht gesehen. Freut mich, diese jetzt auch in der Sammlung zu haben. Da haben wir drei Booster, um die geht es heute. Gortrom, Libello und Inteleon. Genau so ist der Wasserstarter. Das sind drei Starter von Schwert und Schild. Sehr cool. Gibt es noch was zu sagen? Die Punkte. Ein Punkt gibt es für Weverse, Holo und Holo in... Und Holo, genau. Ein Punkt. Zwei Punkte für V-Karten. Drei Punkte für V-Max. Vier Punkte für Full Art. Fünf Punkte gibt es für Secret und Rainbow Rares. Wobei, äh... Ne, nur für Rainbow Rares. Genau, Rainbow Trainer und Rainbow... Rainbow Trainer und Rainbow Pokémon. Genau, das war's. Geben die Punkte. Und fünf Punkte gibt es für die goldenen Items. Sechs Punkte gibt es für... Sieben Punkte sind es oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf... Rainbow Rares. Und fünf Rainbow Trainer und Pokémon. Mann, jetzt habe ich es aber. Sechs für die goldenen Items. Sieben für Mortineva und Galapia. Mautzinger in Gold, genau. So, los geht's. Erster Booster heute mit einer Energie von Typos Stahl. Könnt ihr mal die Kommentare schreiben, was ihr schätzt, wie viele Punkte wir ziehen? Oder halt in den Chat, wenn ihr gerade im Chat seid. Stahlenergie auf jeden Fall, unser Staat. Luxio, Phandra, oh, das Punkt man mag jedenfalls gern. Ich weiß nicht, da oben ist ja so ein kleines Grolldraer auf dem Kopf, finde ich cool. Äh, Bronzong, Corazon, Vittora, Sichlor, Skalub, Grolldraer, ein Akub und die Rare. What the fuck, das ist so ziemlich meine Most Wanted Karte aus dem Set, Leute, das ist nicht euer Ernst. Aus einem Blister, Full Art Sarnia, ernsthaft? Hier Punkte und, oh, die ist so schön. Guck mal bitte die Karte an, oh, ist die geil. Also die Karte. Durchsuche dein Deck nach bis zu zwei Basis-Pokémon oder bis zu zwei Basis-Energiekarten. Zeige sie deinen Gegner und nimm sie auf deiner Hand. Mische anschließend dein Deck, gar nicht so schlecht. Coole Karte, das freut mich. Oh, ich hab keine Slicia. Ich liess natürlich nach dem Video direkt. Auf jeden Fall sind das vier Punkte für mein Team. Team Clash, nice. Weiter geht's mit der Libello, dem Fußball-Pokémon quasi. Finde ich vom Design her auch ziemlich cool, aber was anderes. So kann's weitergehen. Bisschen Blister-Glück. Da haben die Zuschauer auf jeden Fall gut entschieden, dass wir den Blister nehmen. Weil vier Punkte ist schon für Blister als Endergebnis gar nicht so schlecht. Das ist Psycho-Energie genau. Pokéball, Laternexto, Resladero, Blutwurzel, Kipi, Voltoball, Bucano, das ist auch schön. Grolldra, der Trainingsplatz und Markbrand als Rhea. Das gibt's keinen Punkt. Aber trotzdem ein sehr episches Artwork, wie es da so in einem Feuer steht von einem Vulkan oder so. Mega nice. Haben so schön gemacht, das Artwork. Generell die meisten Artworks aus dem neuen Sets sind echt richtig gut. Also im Moment, gefallen mir die Artwork hier richtig gut. Bei Sonnen und Mond hatten sie so ein bisschen Hänger zwischendurch drin. Im Moment ist es aber ziemlich gut. So, letzter Booster schon. Das ging schnell. Viel mehr vorgeplänkel, als jetzt eigentlich das Video gebraucht hat. Deswegen mal ein Code für euch noch. Clash der Rebellen, viel Spaß. Gönnt euch. Und wenn ihr das Gutes zieht, lasst es mich gerne wissen. So, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr die ganze Zeit am Ball wart, hattet ihr jetzt hier quasi zweieinhalb Stunden Pokéunterhaltung. Also ziemlich nice Aktion, finde ich. Kann man gerne öfter machen. Feuerenergie, auch sehr cool. Die Fangenergie. Ein Akku. Potrot. Schackel, quasi Toxel. Ah, ist auch süß. Lichtl. Lotwurzel. Pipi. Voltoball. Ein Reverse Pipi noch dazu. Auch ein richtig schönes Artwork. Ist das eigentlich ein Mondstein? Ich weiß nicht, da liegt irgendwas rum. Aber sehr süß. Und dahinter noch... What the... Ernsthaft? Was ist das für ein Blister, Leute? Intellion, VMAX, Rainbow. Das sind nochmal... Lasst mich nicht lügen. Fünf Punkte. Fünf Punkte auf das Konto. Es sind neun Punkte mit dem Blister. Oh mein Gott. Was ist das für ein Blister? Es gibt Leute, die haben schlechtere Displays. Ja, das ist jetzt übertrieben. Aber ihr wisst, was ich meine. What the fuck? Oh, ist das nice. Oh mein Gott. Mir wird niemand glauben, dass ich diesen Blister einfach so geöffnet habe. Aber ich habe es so geöffnet. Es ist ein One-Take-Video. Ich weiß nicht, was ich machen soll. What the fuck? Ja, neun Punkte. Ich würde sagen, Team Clash. Das sieht gut für uns aus. Ich sage schon, wie bei einem Top-Puls. Oh mein Gott, was für ein Blister. Richtig cool. Bis zum nächsten Video oder Streamen wieder. Bis dann. Tschüss. Euer Tywald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.